Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Montag, dem 10. Dezember 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 519 und ich habe heute die folgenden Themen mitgebracht. Vietnam, unverschlüsselt, Biden, Platoon, Breddit und 1968. Es beginnt mit Foxconn. Die haben Angst und zwar von den ganzen Kriegen, in Anführungsschlusszeichen, welche aktuell China und die USA und auch Kanada und so weiter ausfechten. Der Handelskrieg, da möchten beide ja anderen Strafzöllen auferlegen und somit den Handel erschweren. Einfach sich das Leben schwer machen. Mühsame Geschichte müsste nicht sein, aber ist leider so. Und deshalb denkt man laut darüber nach, seine Produktion nach Vietnam zu verlegen. Da ist die Infrastruktur nicht ganz so toll wie in China, aber dafür sind die Löhne auch niedriger. Heisst, man könnte sich da ein bisschen was aufbauen und somit wieder ein bisschen was einsparen von dem, was man mehr investieren muss. Ja, günstiger ist ja immer besser. Hashtag not. Nein, in diesem Sinne. Aber interessant ist schon, dass man da eben plant, weiterzugehen. Es gab ja vor Jahren schon mal Pläne, in Richtung Brasilien zu kommen, weil es auch da günstiger ist. Und die Chinesen halt mittlerweile immer mehr in Richtung Wohlstand gehen oder in besser gesittet gehen und somit dann eben auch die ganzen Löhne da steigen. Wir bleiben bei dem Thema Apple. Die haben, oder da wurde jetzt bekannt durch die Sicherheitsforscher von Disconnect, dass Apple die Apps, welche man runterladet in den App-Stores und Dinge, die man über iTunes runterladet, Filme und Musik und so weiter, Bücher, dass die unverschlüsselt übertragen werden. Da kann man natürlich jetzt aufschreien, vor allem, weil Apple ja diejenigen sind, die immer wieder gesagt haben, wir möchten nur noch Apps mit SSL-Zertifikaten, also verschlüsselten Verbindungen, selber aber die Umsetzung davon und die Drohung, die Apps auszuschliessen, immer wieder nach hinten geschoben hat. Sie sagen aber selber, dass es nicht wirklich so schlimm sei, da sowohl vorab und nachher beim Kauf und Übermittlung der Daten etc. das Ganze in verschlüsselter Form abläuft und somit niemand da mitnehmen kann. Auch Sicherheitsforscher sagen, dass das Ganze nicht unbedingt schlimm sei, vor allem, da man solche Rückschlüsse, auf was dann eben gewisse Leute denken, dass man das sehen kann, was die Person lädt, auch anders setzen kann, indem man die Dateigrösse mitnimmt und somit weiss, ob da Facebook oder was auch immer runtergeladen wurde, welche App, welcher Film und so weiter. Ja, ich würde sagen, man darf noch optimieren. Apple sagt natürlich auch, dass die Verwaltung von grösseren Firmen etc. mit mehreren Smartphones, also iPhones in dem Fall, natürlich dadurch deutlich komplizierter oder komplexer werden, aber ich würde sagen, über kurz oder lang dürfen auch sie da auf SSL setzen, sprich das Ganze schön verschlüsseln. Wir haben, wie sagt der Achim immer so schön, eine Geek-Talk-Daily-Woche ist keine Geek-Talk-Daily-Woche, wenn kein Tesla mit dabei ist. Ein bisschen Tesla habe ich zumindest in der Überschrift des Artikels, den ich hier verlinke zu der aktuellen News, denn da steht chinesischer Tesla-Killer, Biden kündigt Produktionsstart an. Es ist natürlich wichtig, dass man da das Wort Tesla mit reinnimmt, sonst liess ja das keiner, weil Biden selten jemand in der Masse zumindest gehört hat oder vielleicht schon mal gehört hat, aber schon wieder vergessen hat. Das war das chinesische Elektroauto, was von vielen hochrangigen deutschen Mitarbeitern, ehemaliger, grosser deutscher Automobilbranche-Mitarbeiter, wie sagt man, Firmen, rausgegangen ist. Es sind ja Mitarbeiter von Audi, Mercedes etc. mit drin. Das sieht man dem Auto auch an. Es ist ein tolles, ein reichweite starkes Gefährt und ab April des nächsten Jahres kommt das Ganze in den Verkauf. Aktuell sind 30 Testfahrzeuge unterwegs, Prototypen. Bis Ende Jahr sollen es 100 sein. Es wird also fleissig gebaut in der Fabrik und eben ab April nächsten Jahres werden die dann auch in den Verkauf gehen. Wir dürfen definitiv gespannt sein. So ein Ding würde ich auch gerne mal fahren. Dann gehen wir nochmals zurück. Irgendwie habe ich heute einen Durcheinander mit Apple. Normalerweise bin ich ein bisschen sortierter mit den News. Apple hat Platoon gekauft. Platoon ist ein Startup, das sich aus einem ehemaligen iTunes-Mitarbeiter gegründet hat. Und die haben sich darauf spezialisiert, Musikkünstler, die vielversprechend sind zu finden, zu produzieren, zu promoten, sie zu pushen etc. und da für die auch die Arbeit übernehmen, Tourplanung, Social Media Marketing etc. globale Expansionsstrategien ausarbeiten, halt vollumfängliches Paket. Und die hat sich Apple eben, wie gesagt, einverleibt für eine Summe, die nicht genannt wurde. Derjenige unter euch oder diejenigen unter euch, die den Apple-Werbespot, den Pixar produziert hat, gesehen hat mit diesen Apple-Geschenken, den sehr aufwendig produzierten, der hat schon mal ein Stück Musik davon. Das ist nämlich eine 16-jährige Sängerin, deren Namen ich nicht mehr weiß, aber das Lied hieß Come Out and Play und Share Your Gift hieß eben der Weihnachtsspot. Am besten geht ihr auf den Link, den wir in den Shownotes bei daily.geektalk.ch habt und da könnt ihr eine der Künstlerinnen sehen, die eben dieses Start-up gefunden und gefeatured hat. Dann habe ich nochmals was zu, nochmals Apple in diesem Fall, im Frühling diesen Jahres hat Apple ja Bedit gekauft. Bedit ist diese Schlafanalyse-Monitorings-Tool, so ein Band, was man sich unter das Bett legt, also unter die Matratze legt, die dann Herz, Bewegung, Temperatur, Atmung und so weiter, die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur vom Raum und solche Geschichten gemessen hat und auf ein Smartphone, also in eine App gebracht hat, sprich in die Cloud, die hat ja Apple übernommen und jetzt ging das erste eigene Produkt von Apple eben in dem Bereich online, das Bedit 3.5. Es ist genau gleich teuer wie das Vorgängermodell, Version 3.0. Es ist dünner, es ist schmaler und nimmt die gleichen Daten auf. Wer mag seinen Schlaf analysieren, der sollte es mal ausprobieren. Ich habe da ein paar Dinge getestet. Das Bedit hatte ich bis jetzt noch nicht. Müsste man mal ausprobieren. Mal schauen, ob irgendwo noch ein bisschen Geld auf dem Spielkonto liegt. Zu guter Letzt habe ich heute noch News aus dem Jahre 1968 und wenn mich meine mathematischen Fähigkeiten nicht ganz verlassen haben, sprich ich Spotlight bedienen kann, ist es genau vor 50 Jahren. Gestern am Sonntag nämlich war es soweit, Da wurde die Computermaus das erste Mal der Öffentlichkeit in der Demo gezeigt und das Video müsst ihr euch unbedingt anschauen, weil das schaut sehr, sehr, sehr spannend aus. Eine Riesenmaus und es sieht irgendwie aus, als würde er eine Fliege jagen. Aber nee, das ist eine Maus. Müsst ihr euch das anschauen. Also der Mauszeiger besser gesagt. Ich finde das Video ganz toll. Wir haben es wie gesagt auf daily.geektalk.ch bei der aktuellen Folge 519 verlinkt. Klickt mal rein und schaut euch das an. In diesem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Reinhören, fürs Reinesen, Reinklicken in die ganzen News, wenn ihr es noch weiter verfolgen möchtet. Euch wünsche ich einen wunderschönen, guten Start in die neue Woche und wir hören uns diese Woche noch zweimal und dann habe ich genügend Ablösung für den Achim getan. Ab dem Donnerstag ist dann der Achim wieder für euch da. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.